einen wunderschönen guten morgen mittag oder abend meine lieben willkommen zurück zu mir dem gandhi und ja willkommen zurück heute geht es wie könnte man auch anders vermuten um die tiermenschen der sturm bulle hier schreit uns schon an ja man abfahrt die bistiger sind bereit und unser fraktionsführer wartet nur auf unseren befehl die tiermenschen sind ein wildes und böses volk meine lieben sind abtrünnige des chaos also sie sind nicht wirklich abtrünnig sie sind vom chaos beherrscht sie vertreiben also sie nutzen selber chaos um die welt in korruption zu stürzen und alter diese schweine sind mega cool und da haben ihn kathrak woneye unseren fraktionsführer kathrak woneye startet in essilia oder neben tilia ist ja und tilia sind südliche völker mit denen wir nichts anfangen können außer mit den handel treiben oder zu bekriegen arbeitsstiermenschen sind sie unsere erste einkommensquelle zur macht denn wir peinigen sie wir reißen sie nieder wir verpflingen sie denn wir sind kathrak woneye wir sind die behuften und regieren die lande des chaos und damit sind wir bei kathrak in der story wo er der klügste tier mensch anscheinend sein soll und er weiß wie die gore zu sämen sind er weiß wie man die beastie gore sämt er kennt die minotauren er ist der wahre herrscher über diesen tribe er kam aus den dragenwald zur zerstörung der menschen er will nur eins er will dass jedes leben zerschmettert wird die menschen sollen fallen besonders dieser aufgedrehte möchte gern hält aus mindenland der ihm sein auge nahm ja kathrak woneye heißt nicht nur woneye einfach nur weil es cool klingt sondern er hat wirklich nur noch ein auge was ihm der gute mann aus mindenland nahm der herr wüterich war das und dorthin sind wir unterwegs damit wir rache nehmen können dass er geschändet wird gegessen und nie wieder kommen möge nur wir sind derjenige der ihm wüterich eine lektion erteilen wird und wir werden die pein der welt sein wir werden alles in unserem weg zerstören wir sind der herr des chaos und wenn doch chaos anhänger rufen werden sie uns unter unserem banner folgen und jene die nicht folgen werden werden schnell erlöst von ihrem leid so wir gehen zu morgen das dunkle omen pass auf das kurze kommt jetzt und der typ hat flügel bruh morgen ist man könnte sagen er ist satan er ist literally satan morgen ist nämlich die verkörperung des dunklen schicksals der menschheit er ist halt der chaos bote der zerstörung die das inbegriffene des untergangs er ist der verantwortliche warum eure tempel brennen eure götter fliehen und ihr alleine auf der welt zeit und euer kämmerliches leben dann noch zu ende geht nur er wird euch richten nur er gibt euch euren glauben denn er wandelt durch seinen wald und nicht nur ein kriegsherr hört auf ihn alle alle tiermenschen wollen seinen rat folgen er wandelt und weist durch den weg er ist der schamane der euch alles zeigen wird die ganze zerstörung sämtlicher reiche und jede gottheit wird vor ihm knien und seinen letzten atem zu tun zu morgul selbst er startet in den badlands also in den düsterlanden was ziemlich am arsch der welt ist von allem anderen nur merkt euch die badlands dazu kommen wir später noch die badlands sind noch sehr sehr wichtig für uns also wie gesagt vergesst sie nicht und damit gehen wir auch weiter zu jemanden der ziemlich ziemlich auf die schnauze bekommen hat morgul der schatten geborene guckt euch den jungen mann an der ist der 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 guckt euch das gut an ich kann euch alles möglich zu dem sagen der hat mich so fasziniert ich finde das so krass man oh das ist so krass man im ersten moment findet das wahrscheinlich jeder eklig diese komische krabbenhand also hello i'm mr krabs aber in wahrheit ist das richtig krasser scheiß man das richtig krasser scheiß ok jetzt zum morgul achso wir starten in nordland daneben ist das westland ja der also das ödland wir sind im imperium selber drin also morgul hat auf jeden fall einen plan oder keinen plan ich weiß dann natürlich ich würde nicht direkt ins imperium reinwandern wenn man nicht also wenn ich er wäre so deshalb gehen wir zu seiner backstory morgul ist die inkarnation des untergangs der unordnung des chaos und überall wo er hingeht ist die welt kopfüber dort wo er schreitet wird pestilenz walten dort wo ein fluss ist wird er sich umkehren und dort wo die luft ist wird sie brennen morgul selbst war ein bisschen zu neugierig für seinesgleichen als die welt die chaos portale geöffnet hat war er zu lange auf der anderen seite morgul wurde korrumpiert und mit dieser korruption begangen es mit seinen arm er wollte doch nur die andere seite sehen und sein arm war der preis aber nicht jeder kann sagen dass er so eine krassen hauer hat morgul ist der schlimmste er ist der schädelmeister der schatten geborene er ist der untergang jeglicher waldelfe die königin der waldelfen ariel will es verhindern weil sie weiß alleine was in diesen dunklen gebrechlichen körper drin ist etwas was morgul selbst nicht zähmen kann etwas was ihm mehr als nur eine bedeutung gibt morgul ist nur ein behältnis und überall wo er sterben sollte sollte er sterben wenn das möglich sein sollte wird er woanders wieder auftauchen er ist unverschlingbar doch ariel will ihn ein letztes mal töten morgul weiß von diesen plänen aber es interessiert ihn nicht dort wo er ist werden die bäume nicht blühen dort wo er ist wird tot und pestilenz des chaos sein und jeder der ihn anfasst könnte zur korruption kommen jeder der versucht ihn zu treffen wird tot geweiht sein jeder der nur ansatzweise zu den tiermenschen gehört wird folgen unter seiner herrschaft wird nämlich die welt in schutt und asche sein nur er weiß was es heißt tot zu sehen ja morgul ist sehr sehr krass sein stab der korruption der pestilenzial korruption ist sehr sehr bedeutsam weil dieser stab hat mehr gesehen als alles andere mit diesem stab haut er dich einmal einmal kurz um und dann bist du auch einfach gehauen du bist einfach weg vom fenster wenn du mit dem stab gehittet wirst weil es kann sein dass du dann einfach durch die blank berührung morguls korrumpiert und zu einer chaos brut wirst eine mixtur aus jeglichen körperteilen korrumpiert die welt um sich herum mhm also was kann man noch zu den tiermenschen sagen tiermenschen sind eigentlich nur eine nebenfraktion von den wir gehen auf one eye wieder ähm ja die tiermenschen sind nur eine kleine nebenfraktion eigentlich gewesen von den chaos kriegern selbst sie haben sich dann aber abgespalten von dem rest des chaos und sind dann alleine durch dieses chaos gate gegangen oder besser gesagt sie wurde ausgesetzt auf dieser welt um das chaos schon mal anzuteasern und somit begann es dann und auch schon selbst hat sich dann der aufgabe zugewandt diese welt heim zu suchen dass eine ehre eigentlich für jeden tiermenschen und barbaren sein sollte der auf dieser erde wandelt wenn euch das ganze wieder gefallen hat lasst ein like da schreibt mir in die kommentare falls euch noch was zu den tiermenschen interessieren sollte und wenn ihr euch wirklich mit mir auseinandersetzen wollt bam kommt auf unserem discord niemand beißt euch da und ja vergesst nicht zu abonnieren und die glocke zu aktivieren damit ihr auch keine weitere fraktion mehr verpasst weil okay so viele sind es jetzt nicht mehr es ist nur noch die vampire und die greenskins deshalb ja das wird noch dick was da kommt also das kann ich euch sagen das wird noch richtig dick werden damit verabschiede ich mich ich wünsche euch einen wunderschönen entspannten tag und ciao passt auf euch auf da 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 Bis zum nächsten Mal.